Hallo und herzlich willkommen zu Energiewirtschaft einfach gemacht. Mein Name ist Carsten Eckert und in diesen Videos machen wir uns die Energiewirtschaft einfach. Heute geht es um die fünf besten Tipps zum Energiesparen unterwegs. Erster Tipp, möglichst wenig und möglichst gar nicht fliegen. Flugzeuge sind zwar mit Abstand die schnellste Möglichkeit, um möglichst weit zu kommen, gleichzeitig ist es die denkbar größte Verschwendung von Treibstoff und eine vergleichsweise wenig effiziente Möglichkeit, um sich voranzubewegen. Solange man also irgendwie darauf verzichten kann, mit dem Flugzeug zu fliegen, sollte man das tun. Zweiter Tipp und auch für lange Reisen gut geeignet, die Bahn. Mit der Bahn fahren, mit dem öffentlichen Personennahverkehr oder Fernverkehr kommt man richtig gut voran und man spart jede Menge Energie. Es ist eine vergleichsweise effiziente Möglichkeit, sich mit purem Strom über Schienen zu bewegen und wenn man in Zukunft auch noch wasserstoffbetriebene Züge statt dieselbetriebene Züge hat, dann ist das Ganze auch noch eine richtig saubere Sache. Ich selbst reise auch nur mit der Bahn. Ich habe eine Bahnkarte 100 und bin vergleichsweise gut unterwegs. Der Ruf der Deutschen Bahn ist schlechter, als die Züge eigentlich fahren, auch wenn es jede Menge Probleme gibt. Ich hoffe, dass es da in Zukunft noch viele gute Investitionen vom deutschen Staat geben wird, um die Deutsche Bahn als eigentlich absolut überlegenes Fortbewegungsmittel noch etwas weiter zu stärken. Der dritte Tipp, wenn man Auto fahren muss, ist der optimale Reifendruck. Reifendruck. Wenn zu wenig Druck auf den Reifen ist, gibt es einen höheren Rollwiderstand und dadurch höheren Energieverbrauch, als man eigentlich haben müsste. Also achtet darauf, immer den optimalen Reifendruck zu haben. Beim ersten Mal kann euch da ja auch die Werkstatt helfen und dann habt ihr entsprechend weniger Energieverlust beim Fahren, als es eben mit zu wenig Reifendruck der Fall wäre. Wenn man nicht unbedingt mit dem Auto fahren muss, weil zum Beispiel die Entfernung gar nicht so riesig ist, nur so vier, fünf Kilometer bis zum Arbeitsort, dann bietet sich Radfahren unbedingt an. Nicht nur, weil Radfahren für die eigene Bewegung, für den eigenen Körper richtig gut ist, sondern auch, weil man dabei natürlich jede Menge Geld spart, weil man keinen Benzin verbraucht, keinen Diesel verbraucht und weil das Auto gar nicht erst bewegt werden muss. Das kann man sich dann aufsparen für die langen Reisen oder fürs Einkaufen. Aber im Alltag kann man super mit dem Rad fahren. Und der letzte Tipp, wenn man doch unbedingt mit dem Auto fahren muss, dann kann man zumindest Fahrgemeinschaften bilden. Denn jedes Auto, was weniger fährt, weil man zusammenfährt, spart jede Menge Energie und Kosten und vor allem auch CO2-Emissionen. Alternativ gibt es Carsharing-Möglichkeiten, die da vielleicht auch mit reinspielen. Dementsprechend macht euch mal Gedanken, ob ihr an irgendeiner Stelle vielleicht Energie beim Unterwegssein sparen könnt. Denn das waren die fünf besten Tipps zum Energiesparen unterwegs. Mein Name ist Carsten Eckert und bis zum nächsten Mal bei Energiewirtschaft einfach gemacht.